Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Straße nach Korlach anzunehmen bei Marschall Elkmar Lesnar in Grustwak. An dieser Position befinde ich mich hier in einem Gebäude, aber da man sowieso hinauslaufen muss, wird man es sehen. In diesem Gebäude hier ist die Quest anzunehmen. Nun darf man hier hinlaufen zu dieser Position. Es kann jetzt ein bisschen dauern. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder mich abonnieren, also den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Was auch euch hilft, ist wenn ihr das Video teilt, weil je mehr Leute das Video und den Kanal kennen, umso mehr können euch antworten, falls ihr mal eine Frage habt. So, über die Hälfte des Weges habe ich schon. Gleich bin ich da. So. So. Marschall Lesnar, sind das eure Männer? Ja. Der Zirkel hat sie sich geholt. Jetzt sind sie nur noch willenlose Diener. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns durch sie hindurch kämpfen. Nun darf man die Quest bei Marschall Elkmar Lesnar abgeben. Mein Klinge wird das Schicksal des Zirkels bewegen. Mein Klinge wird das Schicksal des Zirkels bewegen. Mein Klinge wird das Schicksal des Zirkels bewegen. Ich habe das Gebiet leider noch nicht aufgedeckt, aber man erkennt es auch so. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Tschau.